Die Nachspielzeit hat das Fan-Projekt Karlsruhe mehr oder weniger ins Leben gerufen, im Jahr 2010, 2011. Im Laufe der Jahre haben wir dann mehrere KSC-Spieler oder Trainer schon interviewt. Es war immer ein schönes Dasein, mit den Spielern Fragen zu stellen, die wohl nicht jeden Tag gestellt werden. Also sprich auch mal private Sachen vom Spieler heraus zu bekommen, auch mal zu internas, was in der Kabine abgeht, beziehungsweise auch auf dem Platz, was wird mit dem Schiedsrichter, was wird mit dem Gegner versprochen, wie ist die Stimmung der Fans, wie motiviert sind die Jungs, wenn sie ins Spiel gehen nach 90 Minuten oder für 90 Minuten. Also alles Sachen, die so der Normalsterbliche gar nicht mitbekommt. Es war ein geiler Abend, nochmal danke für die Einladung an alle, es war eine entspannte, lockere Runde und wir hatten viel Spaß, haben viel gelacht und fragt man auch alles, alles, alles super und entspannt. Ich mache es immer wieder gern, ich bin da immer wieder begeistert, wenn es heißt der und der kommen, also das ist für mich so eine richtige Herzensangelegenheit geworden. Der eine, der ist lauter, der eine, der ist leiser, der eine, der ist introvertiert, also mehr oder weniger mal lockter, aber das, was man hören will unterm Strich, das bekommt man auch raus, ist eine gute Unterhaltung. Ich glaube, ich und man, wir sind offen genug, um jeder Frage für Antwort zu stehen und haben wir heute gut gemacht auch und es hat Spaß gemacht und es war alles entspannt und deswegen haben wir auch alles bei Antwort. Da hat es richtig Spaß gemacht, die hast du richtig so mehr oder weniger bewegen können, da kam was raus, die waren ehrlich, da kam was hin und her, so wie man sich einen Gesprächspartner oder die Gesprächspartner vorstellt. So war das auch heute gegeben und es hat jedem Spaß gemacht.